Hi, ja, jetzt ist morgen ja Ostern schon vorbei. Ich habe mein letztes Osterei heute schon versteckt. Ja, und morgen früh, ja, da haben die Kinder nur noch Freude. Die gehen dann Ostereier suchen und, ja, die Eltern freuen sich, dass die Kinder sich freuen. Und ich bin dann schon über alle Berge, ja. Und ich muss ein ganzes Jahr lang warten, bis ich wieder dran bin. Was soll ich denn da machen? In die Love gucken die ganze Zeit? Oder meine Pfoten drehen? Oder was soll ich machen? Hm, Manu Meier. Ostern ist jetzt morgen schon vorbei. Heute verstecke ich noch mein letztes Osterei. Dann habe ich erst mal nicht mehr viel zu tun. Und Frühstück morgen noch mal mit dem Hühnerhuhn, ja. Dass die ganzen Eier für mich liegt und das ganze Jahr im Stall entflegt. Und ich finde, sie macht ihre Sache toll. Ohne sie, da wäre es für mich gar nicht so doll. Dann hätte ich keine Ostereier. Manu Meier, keine Ostereier. Ich könnte sie nicht bemalen. Ne, und auch nicht verstecken. Dann müsste ich Eier kaufen. Und sie auch bezahlen. Oder ganz schnell weglaufen. Genau. Und die Kinder was erzählen. Ja, vom Riesen-Dino-Drachen-Monster-Saurier. Ja, genau. Der mir meine ganzen Ostereier geklaut hat. Ja. Ostern ist jetzt morgen schon vorbei. Und was danach kommt, das ist mir Eierlei. Ich bleibe dann mal bis zum nächsten Jahr. Im Urlaub auf Teneriffenfahr. Da frühstück ich dann mit dem Hühnerhuhn. Und fragt sie, hast du denn nicht was zu tun? Wieso sagt das Huhn, hier ist es doch schön? Ich werde einfach nicht mehr nach Hause gehen. Aber dann hätte ich keine Ostereier. Manu Meier, keine Ostereier. Ich könnte sie nicht bemalen. Nö, Manu. Und auch nicht verstecken. Dann müsste ich Eier kaufen. Ja. Und sie auch bezahlen. Oder schnell weglaufen. Ha, ha, ha. Und den Kindern was erzählen. Erzählen vom Riesen-Drachen-Dino-Dinosaurier. Böse, genau. Der mir meine Ostereier geklaut hat. Ja, das wäre doch was, oder? Goodbye, Ostern. Goodbye, Osterei. Goodbye, Ostern. Goodbye, Osterei. Da nennen die keine Ostereier. Manu Meier, keine Ostereier. Ich könnte sie nicht bemalen. Nee, und auch nicht verstecken. Dann müsst ihr Eier kaufen. Ja. Und sie auch bezahlen. Oder ganz schnell weglaufen. Ja. Und die Kindern was erzählen. Vom Riesen-Super-Über-Dinosaurier-Drachen. Der mir meine Ostereier geklaut hat. Hm. Tschüss. Und frohe Ostern für morgen. Und fürs nächste Jahr schon gleich mein Voraus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.